Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mich so gefreut auf das Neujahr. Dann kam 2021 und alles ist beim Alten geblieben. Social Distancing, Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, Gesichtsmasken dominieren weiterhin unseren Alltag. Neues Jahr, altes Leid. Das schlägt langsam echt aufs Gemüt. Was können wir machen, um hoffnungsvoll und motiviert zu bleiben? Welche Strategien gibt es gegen Angst und Sorgen, die wirklich wirkungsvoll sind? Wie können wir die Doppelbelastung reduzieren und eine Balance zwischen Homeschooling und Homeoffice finden? Dies alles und mehr erfährst du in meinem online interaktiven Vortrag. Du erfährst praktische Tipps und Übungen, die man machen kann, um gelassen zu bleiben und um mehr innere Ruhe zu finden. Schau auf www.fulfilled-life.de für mehr Informationen. Bleib gesund, aber auch vor allem zuversichtlich.